In meinem heutigen Sommerfahrvideo habe ich von Märklin zum zweiten Mal die kleinen Klassiker auf die Schiene gestellt. Wir fangen an mit dem Schienenbus VT 795 von Märklin die Nummer 3016, gebaut von 1971 bis 1980. Als zweiten kleinen Klassiker habe ich von Märklin die Baureihe 89 auf die Schiene gestellt, von Märklin die Nummer 3000, hier in der neunten Variante, gebaut von 1992 bis 1996. Hinten angehängt habe ich die Personenwagen komplett aus Blech mit der Nummer 4000 von Märklin, diese wurden gebaut von 1958 bis 1980. Und als dritten kleinen Klassiker habe ich die Diesellok V60 von Märklin die Nummer 3065, hier in der fünften Version, gebaut von 1982 bis 1983. Hinten angehängt die Talbot Schotterwagen von Märklin die 4610, in der vierten Variante, gebaut ab 1976. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. ... Das war's. Vielen Dank. 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 So, das war es wieder von mir mit meinem kleinen Sommerfahrvideo, diesmal die kleinen Klassiker zum Zweiten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es wieder mehr und bis gleich.